Das Vier-Sterne-Labranda-Taga-Club. Machen Sie sich bereit für unvergessliche Urlaubsmomente in Marrakesch. Die Hotelanlage befindet sich am ruhigen Stadtrand, inmitten eines Palmengartens. Im großzügigen Außenbereich wartet der Aquapark mit einer Vielzahl an Rutschen. Action ist also garantiert, auch in den restlichen Pools. Aber auch auf der Suche nach absoluter Ruhe werden sie schnell fündig. Nach entspannten oder aufregenden Tagen werden sie in einem der hübschen Doppelzimmer selig schlummern. Und auf die Speisen können die Köche des Hauses wirklich stolz sein. Es erwarten sie leckere Buffets, ein à la carte Restaurant sowie mehrere Bars. Im schmucken Wellness-Bereich sammeln sie neue Energie. Und mit dem hoteleigenen Shuttle erreichen Sie bequem Marrakeschs viele wunderbare Sehenswürdigkeiten. Freuen Sie sich auf unvergessliche Urlaubsmomente im Vier-Sterne-Labranda-Taga-Club.